Sie suchen einen Schimmelhund. Schnell und effektiv kann man mit einem Schimmelhund bei der Suche nach verdeckten Schimmelpilz in Wohnungen vorgehen. Sie müssen nicht sofort die Bauteile öffnen, Sie können dies später tun. Auch können Sie eine Laborprobe später in Auftrag geben. Vor allem bei ungewissem Befall mit Schimmelpilzen ist der Schimmelhund eine sichere Methode. Vielleicht ist schon jemand krank und Ihr Lungenarzt hat schon irgendwo Aspergillus niger, den schwarzen Schimmelpilz, im Körper festgestellt. Mit meiner Erfahrung von 25 Jahren Sachverständigen-Tätigkeit im Bereich Schimmel kann ich sagen, Schimmelhunde sind schneller als Labore. Natürlich können Sie jeden Schimmelbefall auch später im Labor noch nachprüfen lassen. Dies sollten Sie auch tun, um die Dokumentation vollständig zu machen.